und ich sage willkommen zurück zu einer weiteren fantastischen folge idk gaming for you ich bin der dennis und wir haben eine mental block eine mentale blockade gehabt in der letzten folge von humanity wir spielen die demo und sind in den letzten zwei leveln angekommen ich freue mich also dass ihr eingeschaltet habt schön dass ihr mit dabei seid und ich hoffe ich bin jetzt auf des rätsels lösung gekommen also die menschen schieben den block an der fällt dann aber nicht hier runter sondern der wird bis hierhin geschoben und dann müssen sie einmal hier rüber schieben das ganze dann einmal darüber und dann lasse ich sie aber nicht drüber laufen sondern ich hier dran vorbeilaufen sagt dann hier geht ihr nach unten dann schieben sie das hier an gehen hier dann wieder hoch nehmen unseren lieben goldie mit zack machen da die kurve zack hier geht es nach unten und last but not least hier gehen sie dann ins ziel wenn euch das gefällt würde ich mich natürlich freuen wenn ihr mir like kommentar kostenloses abo da lasst ich spule extra ein bisschen für euch vor damit schneller geht und genau ansonsten wenn ihr auch auf solche denkspiele spielt wenn ihr darauf steht dann unbedingt in den playstation plus store gucken denn da habt ihr die möglichkeit das gerade kostenlos runter zu laden und euch da mal selbst dran zu versuchen sehr sehr geile nummer auf jeden fall mir macht es unglaublich viel spaß und ich hoffe ich kann das ein bisschen auch auf euch übertragen so das letzte stück lassen wir wieder normal laufen denn ich glaube wirklich es ist das rätsel lösung hat auch lange genug gedauert bis ich drauf gekommen bin und wenn ihr immer bock habt mit mir oder gegen mich zu spielen gerne auch in die video beschreibung schauen denn da findet ihr den einladungslink zu meinem discord server jawohl wir haben es geschafft zack level abgeschlossen und das war tatsächlich bis jetzt das schwerste also bin ich jetzt mal gespannt das letzte to be continued was da noch auf uns so wartet die zeit verging wer weiß wie viel ich erwachte an einem mir unbekannten ort von weit her drang eine stimme in mein ohr oh ich kann selber steuern sogar cool unzählige menschen wirbelten von mir durch die luft eine stimme sprach zu mir endlich bist du da und damit haben wir die demo abgeschlossen wer hätte es gedacht verdammte axt ich dachte echt das wäre noch ein letztes level gewesen ja die menschen die brauchen deine hilfe also guckst du auf jeden fall mal an und probier das mal das sind tatsächlich dann wenn du die vollversion holst 90 geniale level voller kniffliger aktion und unzähliger nutzerlevels richtig richtig geil ich denke ich werde es mir holen weil es einfach unglaublich viel spaß macht und sagt danke für deine unterstützung und bis zum nächsten mal bis dann tschüss bis dann 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 bis